Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu meiner Reaktion auf das neue Bubbler Best of. Es ist noch nicht hochgeladen, ich hab's noch nicht gesehen und bin sehr gespannt. Sanse hat das hergestellt und ich denke, oder ich weiß, dass Sanse gerne sehen möchte, wie ich auf sein Machwerk reagiere und ich denke, es gibt unter euch auch ein paar, die das sehen wollen. Darum werde ich jetzt, bevor ich das Video hochlade, also das Main-Video, eine Reaktion aufnehmen und die euch dann einfach zwei Tage später präsentieren. Und vielleicht können wir ja zusammen ein bisschen reinladen. Schödele, Bubbler Best of oder so, Arbeitstitel, Sanse, dann hau mal raus, was du sonst draufhast. Das, das ist der Jan und hat außer seinem Computer keine Hobbys. Der Jan, der sieht im Moment ziemlich hilflos aus. Einer ist klaus, einer ist klaus, aufseite, aufseite. Ist er aber gar nicht. Nein, nein, ich bin Walsh, das war reines Glück, dass der noch reingingt. Gut, so Walsh bin ich gar nicht. Wait a minute. Machen wir den hier. Sanse, Achtung. Nicht zu tief, Rüdiger. B, Manny, Manny, Manny. Oh nein. Oh nein. Oh, du Scheiße. Ich dachte, ganz kurz wäre der, darf ich den Fusen-Clip. Bleib mal hier, mate. Tobi, was ist lang? Hab ich das gespielt? Da ist die Zuhälter-Schelle. Babam. Zock, bam. Oh. Oh. Das macht der Klingel. Bap. Bam. Okay, ultra, ultra krass, Sanse. Aber ich habe aber so ein bisschen die befürchten, dass nach den guten Plays die schlechten kommen. Oh, shit. Sanse, klipp das und mach, okay, klipp das nicht. Sanse. Sanse, das weiß ich. Hast du jetzt doch geklippt, Sanse? Man. Das ist krass. Hey, Kinders. Was geht durch? Hab Angst, hab Angst. Hab Angst. Oh, da bin ich ja mal raus. Da bin ich ja mal raus, Sanse. Juhu. Nein. Pläder. Oh, ich habe... Der war im Traitor-Raum und ich habe ihm den Bubbler reingeworfen, bevor die Tür zugegangen ist. Sanse, das hast du schön aufgemacht. Also wenn ich hier wieder Luft treffe, ist es verdient. Komm, dann ist es verdient. Gib ihm den Tuch. Du alte Sau. Du alte Sau. Hast du es getroffen, du? Hast du es getroffen, du? Oh, schade. Oh, schade. Wir tun beide Schultern, ich möchte einfach sterben. Cecil, weiterhin gute... Nee, ich musste mich ja... Na, komm jetzt mal. Ich hau da rein, Jungs. Und bis gleich im Chat. Okay. Merklauer. Ich hab... Auf uns zu, Cecil! Da ist es. Vor uns. Was? Das ist ein U-Problem? Ja, aber das kommt ja nicht hier rein. Hey, 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 hey! If you think... Da vorne ist ein Zombie. Bei dem Schaf. Das ist diese! Ich sah gerade ein U-Problem geworden. Hinter dir ist, ich bring ihn zu Jan. Alles gut. Hab ich? Dann ist es okay hier. Oh, Achtung, Achtung! Sanse, Sanse, Vorsicht! aggressively. Oh, oh! Müsst das sein. Profi. das so, ich hab ihn angeklickt, ich guck mal. Seht ihr, was blinken? Leute, jetzt andere Seite am Geländer. Blinkt auch. Du lügst, Ben, oder? Oh mein Gott, du blinkst mir nicht blind. I'm legally blind. Das hat immer so weiß aufgeblinkt, oder? Puh, wo ist es? Ja, ja, auf jeden Fall. Das hast du editiert. Das hat gar nicht geblinkt. Ist dir irgendwo eine blinkende Blinkerei? Weil unter 100% gehen wir hier nicht raus, das ist klar. What the fuck? Ich warte auf den Tag, woher ein gespreizter Anus auf mich wartet, Leute. Sanse, was ist das jetzt? Oh no. Nein, ich hab niemals geraged. Also eigentlich rage ich ja nie. Wow, lockern. Alter. Oh. Mh, Mann! Oh, das sieht schön aus. Mann! Achso, okay. Verlängerung geht. Ich boxt dir die Passe. Oh, hey, Nessi! 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 Ja, guck mal, nimm die MP, nimm die MP, der hat 20 HP. Oh, Aragur, ich... Oh. Boah! Ja, 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 ja! Was, echt? Er hat das 20 HP. Schade, man. Knappes Ding, echt knappes Ding. Oh, nein. Noch zwei Mitte. Hallo. Zwei mir, hallo. Alter, das war ja noch schlimmer als meiner vorhin. Das hat man höhere Chancen auf dem Key. Echt? Hinter die Unter... Mann, du bist so ein Blind! Boah, Jungs. Jungs, Jungs. Adrian. Bitte schieß nicht, ich hab meine Waffe hingeworfen. Boah, das ist gut. Jungs, diesen einen, den Kenneth, den kann man empfehlen. Nein, ganz gute Frage. Ich hab wirklich früher immer sehr gerne auf YouTube geschaut und da hast du so Videos gemacht, wo du gehackt hast. Sind sie, als würdest du ja eigentlich gebangen hast. Ich wohne, ich hab... Ich hab früher, äh, und weh, ihr kriegt das, äh, ohne Zusammenhang, ich hab früher auch sehr viel gehackt. Was heißt gehackt? Gecheatet. Ne? Oh, Gottes Willen, Alter, ich hab ihn so verschissen gerochen. Oh, mein Gott! Heck, heck, aktivieren! Alles gecheatet. Das ist alles gecheatet. Checkst du wieder, Alter? Na klar, weißt du, im Internet mach ich immer an. Ui, das ist mein Chain. Ich hab ein Gegnerradar. Immer, wenn ich was schmeißen will. Easy durch die Wand, frech von mir. Durch die Smoke, mein ich. Huhu! Noch ein! Oh, shit! Oh, shit! Oh, mein Gott, ich hab ihn geheadshotet und ich werd gebann. Say bye bye to your account. Wie diverse Aktivitäten. Oh, Gott, das wäre drei der echten Willkommen im Livestream. Ja, Mann! Huhu! Mann. Mann, stopp! Oh, oh, stopp! Oh, warte! Der hat wieder gar nichts! Der hat gar nicht getroffen! Der hat gar nicht getroffen! Der hat gar nicht getroffen! Ach, du Scheiße. Was? Ich bin für Monty gekillt! Hallöchen, Poppünnchen! Willkommen hier bei D-weit. Kannst du werfen? Oh, nein! Das zwei, genau. Oben, bei T-Spawn war alles. Jetzt kommt's. Stimmt, da hab ich mal einen Clip gesehen, wo ein... Ja, genau, genau. Genau. Hab's halt im Best-Off gesehen. Ja, 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 natürlich. So durchgepeitscht zu sein. Oh, das war letztes Frech. Okay, das war wirklich sehr frech. Ich hab kurz Angst gehabt, Jungs. Dieser XTQC, XTC, CUC, Lucy. Dieser knilcht ja dieses, ihr Motor, dieses... Da hat der irgendein Spiel gespielt, das auch Gronkh letztens gespielt hat. So ein Grusel-Rätsel-Ding. Und er musste, glaube ich, die... Oh, 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 oh. Für die Team Bubbler wieder... Nein, Daira, nein! Das kann nicht sein. Franzi ist die nächste Folge von... Wie weit kannst du werfen? Sanse, das war schon echt. Ultrakrass. Wirklich. Oh mein Gott, ich hab das selbe T-Shirt an. What the fuck, D? Also, Sanse, absolut insane. Vor allem, vor allem. Manches, vieles davon war extrem alt. Samantha, wie viele Jahre hast du dir Zeit genommen, um zu gucken, Clips zu gucken? Alte Clips. Da war's doch wahnsinnig. Ich muss ein anderes Bild nehmen, ihr werdet sonst auch wahnsinnig, weil ich da genauso aussehe wie halt jetzt, nur mit noch weniger Haaren. Das ist ein schönes Standbild. Also, Sanse. Insane. Wirklich insane. Ich hab mich schäckig gelacht. Es ist einfach geil. Es ist so gut geworden. Vielen lieben Dank an dich, Sanse, für dieses Meisterwerk und vielen lieben Dank auch an alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, euch hat meine Reaktion gefallen und ich hoffe auch, dass ihr ähnlich reagiert habt. Ich denke, es waren einige Sachen, die vielleicht ganz neue Zuschauer jetzt nicht so lustig finden, aber wenn man halt schon länger dabei war, dann weiß man halt, wie der Haas läuft. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Das ist hier alles aus den Streams. Also, wer da mit dabei sein möchte, das sind alles Viewer Games, wo ich mit euch spiele. Wer da mit daddeln will, kann das gerne machen. Rankommen, dreimal die Woche. Ich hab's, glaube ich, eben ja schon gesagt. Da gibt's auch die fetten Giveaways und wisst ihr was? Diese Woche gibt es noch, das Begato Stream Deck zu gewinnen als besonderes Giveaway. Also, rankommen, meine Damen und Herren und in diesen Clips mit dabei sein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dickenfetten Mutter auf die Instagram-Messe.